Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Minecraft und ja der Eike ist auch wieder dabei, wie in der letzten Folge angekündigt und ja wir, also ich bzw. ich, wir, du und er und sie und es, ich fange jetzt auf jeden Fall mal ganz kurz an meine ganzen Sachen hier eben kurz ein zu sortieren. Ja, ich sortiere auch mal eben ein. Was ist das für ein Sortieren? Eike, die Truhe ist voll, das hat so keinen Sinn. Ich sortiere unten weiter. Hier ist ein Lager, aber das Lager ist scheiße und da ist eigentlich schon der erste Punkt, worüber wir jetzt reden wollten. Wir hatten ja in der letzten Folge, guck mal hier ist eine Cobbledstone-Truhe. Ah, davon habe ich zum Glück schon gar nichts mehr dabei. Zum Glück, super toll. Ne, in der letzten Folge, da hatten wir ja gesagt, dass ihr ein paar Kommentare reinschreiben könnt, was ihr gerne sehen wollt, was ihr, was wir bauen sollen oder was ich bauen soll und zuallererst, ich habe mich dazu entschieden, den Eike hier auf jeden Fall noch etwas länger im Let's Play festzuhalten. Er hat eben mein Herz für Tiere. Genau. Ich bin, ich bin das Tier. Ach, du bist auch ein Tier. Du dreckiges Tier. Oh Gott. Ne, ähm, es sieht auf jeden Fall so aus, dass wir, ähm, ja, beziehungsweise, Eike, du kannst es mal ganz gut vorlesen, du hast die ganzen Sachen ja sowieso gerade vor dir. So hatten wir es ja vor der Folge abgesprochen. Ich habe durchaus viele Vorschläge und so von euch und, ähm, es gab zum Beispiel einen Vorschlag, ey, Zander, bau doch ein Dorf. Und dann ein paar Sekunden später, nein, bau kein Dorf. Bau lieber ein Schiff. Oder zum Beispiel, bau ein Markt mit Schmiede und Bauernhof. Und da haben wir uns überlegt, da könnten wir doch eigentlich, oder eine schwebende Insel, naja gut, wir könnten eigentlich eine Sache machen und die dann kombinieren mit anderen. Und da haben wir uns überlegt, wir könnten ein riesengroßes Grundstück bauen, eine Art Bauernhof oder so und da alle möglichen Sachen reinbauen. Also zum Beispiel eine Schmiede oder eine fliegende Insel meinetwegen auch und das alles kombinieren. Das wäre doch gar nicht schlecht, oder? Ja, so sieht es aus, genau. So haben wir uns das überlegt. Ähm, also ich fände es geil. Ich weiß nicht, wie ihr dazu steht. Das könnt ihr ja auch mal in die Kommentare reinschreiben. Wir haben uns jetzt aber schon dazu entschieden, mehr oder weniger. Das heißt, wir werden jetzt damit anfangen. Wenn ihr es aber total scheiße findet, dass wir jetzt eine Farm bauen werden, ähm, mit Schmiede und wo man dann halt noch so ein paar andere Sachen machen kann, ich gucke mal ganz kurz selbst in die Kommentare. Ähm, denn da kam ein richtig geiler Kommentar von, ähm, mal ganz kurz, Mrs. Lusona. Die hat nämlich geschrieben, ich würde eine Art schwebende Insel geil finden. Das finde ich persönlich auch noch richtig geil. Also, ähm, das ist so eine Sache, keine Ahnung, eine schwebende Insel, wo man dann halt irgendwas draufbaut. Das kann man aber, wie gesagt, alles miteinander kombinieren. Also das sind halt so Sachen, ähm, was weiß ich, zum Beispiel auf diese schwebende Insel könnte man ein Haus bauen, wo dann Wasserfälle an der Seite runterlaufen oder so. Das ist eine richtig geile Sache. Ähm, aber da muss man dann halt später nochmal gucken, was man da so machen kann. Hast du irgendwas zu essen? Ey, ich bin grad so am Sachen. Ich bin auch die ganze Zeit schon am Suchen, aber ich finde einfach nix. Ja, egal. Dann gehe ich mal ganz kurz zu den Kühen und dann mache ich die mal eben kurz platt. Da haben wir ja ganz viele von. Und, ähm, ja, das Geile an der ganzen Sache ist einfach eine Farm. Die kann man einfach richtig geil ausbauen. Und Minecraft ist halt sehr, sehr stark auf so eine Farm ausgelegt. Das sieht man ja jetzt hier. Und, oh, scheiße, ich kann jetzt so zwei Kühe umbringen. Eike. Ähm, ja, sollte kein Problem sein. Wir müssen irgendwie nur an was anderes zu essen kommen. Ich weiß nicht, hast du nicht ein Weizenfeld oder so? Hm, ich weiß es gar nicht. Doch, habe ich. Habe ich hinten im Garten. Huhu, es ist schon so lange her. Es ist so krass. Hinten im Garten ist ein Weizenfeld drin. Ich will gleich mal plündern. Ähm, hier ist... Wenn da überhaupt Weizen drin ist. Ah, jo, genau. Jawohl, hier ist was. Ah, es liegen noch neun Steaks im Backofen. Da zieh ich mir erst mal welche von rein. Wie geil ist das denn? Tjo, wir waren lange nicht hier, ne? Wer soll sich das denn alles merken können? Das ist echt übel. So. Und hier haben wir noch ganz viel... Boah, wir haben so viele Sachen hier. Also man kann halt ne Farm richtig geil bauen und das ist halt das Schöne. Ich schmeiß dir mal hier kurz Fleisch hin. Zack, zack, zack. Du hast glaube ich noch gar... Oh, vielen Dank. Du hast glaube ich noch gar keine Karotten und Kartoffeln. Kann das sein? Ne, hab ich auch nicht. Ich war... Also die Welt ist ja schon ein bisschen älter hier. Cool. So, hier ist ja unser geiler Party-Bus. Den haben wir ja gebaut zum 100. Special, für die Leute, die es nicht wussten. Und genau hier hinter... Eike, wo bist du? Warte, ich muss eben das Feld nochmal kröpflisch machen. Eike, komm jetzt mit. Ich muss dir was zeigen. So viel hat das dein Befehl. Ah ja, oh hier, der Bus. Oh, ein Traum. Ein Traum. Und allein hier die Stoßstange und das Kennzeichen. Ein Traum. Eike. So, hier, pass auf. Hier ist nämlich eine geile Stelle, wo ich sagen würde, hier kann man eine geile Farm hinbauen. Weil da oben steht ein Schwein. Deswegen. Ja, das riecht hier schon nach Farm. Das riecht hier schon nach verdammt vielen Schweinen. Ne, aber ganz im Ernst, also den... Guck mal, wenn man den Hügel jetzt hier abträgt, ne? So, den hier. So, dann hat man eine richtig fette Fläche. Wo man einfach eine richtig fette Farm hinbauen kann. Das ist einfach so. Oder irre ich mich da? Ne, das ist vollkommen richtig. Aber willst du das echt alles weghauen? Ich meine, das könnte man ja sonst eigentlich auch lassen. Ich weiß nicht, also eine Farm... Für mich müsste eine Farm ein ebenes Land sein. Ja, stimmt. Für das Feld. Also der Acker und so und die Ställe und sowas alles. Das ist ja... Willst du hier oben so die Kühe? Die können ja keine Treppen steigen. Was ist da los? Ja. Wie sollen wir das machen? Die Frage ist, auf was für eine Höhe würdest du das dann machen wollen? Ich weiß nicht, auf die Höhe hier unten, oder? Ich schütte das Ganze nicht voll. Hier unten. Das dann, da machen wir in so einem Timelapse, ziehen wir den ganzen Berg hier weg. Das ist dann so eine Wochenendaktion oder so. Das könnte man echt mal machen. Und dann erzählen wir wieder ein paar Witze oder so darüber oder so. Nein! Eike verschont uns mit deinen Witzen. Hier ist noch eine Kugel. Tschüss dich mal. Die können doch nur noch besser werden. Also ich verstehe gar nicht, wo da das Problem liegt. Ja, besser können sie wirklich nur noch werden, weil alles andere war auch schon grauptunschlecht. Sind wir eigentlich schon mal da hinten langgegangen? Ich will mal so ein... Ah, das ist totes Schwein. Ich will mal unbedingt wissen, ob da hinten irgendwie diese komischen Hexenhäuser sind. Aber ich glaube, hier war ich schon mal. Ja, könnte natürlich sein, dass die im Nachhinein gespawnt wurden oder so, ne? Ja, aber ich... Meinst du? Ne, ich glaube, die gehören zum Biom dazu, glaube ich. You sure? Ja, ich denke schon. Alter, was ist denn hier los? Seit wann gibt es im Sumpf so viele Schweine? Ja, hier gibt es auch ziemlich viele Monster und so. Ja, ich habe nur eine Spinne gesehen. Hier sind noch Saplings, sehr geil. Hier ist ein Skelett, das hat überhaupt keine Waffe in der Hand. So etwas habe ich ja noch nie gesehen. Was ist das denn für ein langweiliges Skelett? Lass das mal leben, ich komme mal. Oh, ich... Hier ist eine Schlucht! Hier ist eine Schlucht! Wenn du dich gerade genau einmal umdrehst... Ja, genau. Wenn du so weiterläufst, dann kommst du genau zu dem Skelett an. Es müsste aber gleich tot sein. Also, wenn es ins Sonnenlicht geht, dann haben wir vergeigt. Wo ist es denn? Wo ist es? Ähm... Siehst du mich hier drüben? Ne, ich stehe unter so einem Bauch... Ach, bist du noch weiter geradeaus gegangen oder was ist jetzt? Ne, eigentlich nicht. Bei den ganzen Schweinen und so stehe ich rum. Ja, du bist gut, hier sind überall Schweine. Alter, ich kann ja mal irgendwie, äh... Wie kann ich denn mal auf mich aufmerksam machen? Äh, ich kann mich nach oben bauen. Ja, das mache ich. Ja, mach das. Hey, wo bist du? Ich raff's nicht. Eike! Siehst du mich? Nein! Warte, warte. Wen hast du denn da gerade gesehen, dass du mir sagen konntest, dass ich mich umdrehen soll? Ich hab dich gesehen eigentlich. Bist du sicher? Oh ja, Moment. Nicht bewegen, nicht be... Jetzt doch müsstest du dich nochmal ein bisschen bewegen, sonst sehe ich dich nicht. Stehst du gerade irgendwie zwischen ein paar... Ah, ja, genau. Ja, und jetzt nach rechts. Nein, zurück. Weiter. Weiter. Ja. Ja. Acht da! Ja! Da ist er! Oh, Iso! Der Eike! Ich komm zu dir. So, und jetzt gucken wir uns nochmal das Skelett an, ohne alles. Das hat einfach gar nichts. Und dann dachte ich mir, okay, klatsch ich das mal weg und dann kommt das an und... Ey, da ist noch eins! Hat er auch nichts? Ja! Wieso das denn? Was? Jetzt verfolgt es mich! Oh mein Gott, es verfolgt mich! Das hat auch keinen... Hä? Was ist da los? Wieso haben die ganze Skelette hier keine Waffen mehr? Hahaha! Wo ist die Logik? Wieso brennen die... Ach so, du bist da... Ich sag gerade, die fangen schon an zu brennen. Ey, aber sie lassen Pfeile drüben. Was ist das denn? Kann das sein, dass das ein Fail vom Texture Pack ist und dass das einfach Zombies sind im Grunde? Ne, das kann ja nicht. Ne, bei mir sind das ja auch Skelette und die schießen ja auch keine Pfeile oder so. Ne, und die haben ja... Ja gut, wenn es Zombies wären, würden sie auch keine Pfeile schießen, aber sie haben ja auch den Skelett-Sound. Also von daher kann es nicht sein. Was ist hier los? Irgendwann stimmt in dieser Welt nicht. Ich geh da zurück. Ich geh jetzt erstmal zurück, um einfach nur, ganz ehrlich, das Lager ein bisschen... Ich weiß nicht, ich bin am überlegen, ob wir nicht vielleicht jetzt schon anfangen, so eine kleine, ja, mehr oder weniger Baustelle hier einzurichten. Weil wir... Ich hab auf jeden Fall keinen Bock, permanent zum Lager zurückzurennen. Das heißt, wir werden uns ein paar Truhen machen müssen. Okay, ich fang dann mal an und setz den Grundstein für die Baustelle. Das Blöde ist, also ich finde den Bus ja auch geil, ne, aber ganz ehrlich, ich glaube, das würde in das Gesamtbild nicht ganz gut reinpassen. Weißt du, was ich meine? Ja, stimmt. Haben wir da die ganze Zeit unseren Partybus da stehen. Wenn wir hier so eine Farm hinbauen und dann würde da oben der Bus stehen, ich glaube, das würde in das Gesamtbild definitiv nicht reinpassen. Das wäre, glaube ich, zu ätzend. Wenn wir einfach ein bisschen weiter in die Richtung hier gehen, genau. Da hinten ist auch noch so eine geile Fläche und die müssen wir noch nicht mal so krass beebnen. Hier. Den Partybus sieht man zwar immer noch, aber das kann man... Wow! Ein rotes Schaf, Alter. Ja, die sind aus dem Käfig ausgebrochen. Ach so. Oh, Vorsicht. Genau, genau. Alter, jetzt habe ich fast dich gehauen. So, ich würde sagen, wir bauen das Ganze hier hin. Oh mein Gott, oh mein Gott. Ich würde sagen, wir bauen das Ganze hier hin, wa? Ohne Scheiß. Das ist richtig geil, was ist denn da hinten noch? Guck mal, hier hinten kommt schon eine Wüste. Ich glaube, wir müssen Brandrodung betreiben oder so. Ey, aber ganz ehrlich, guck mal. Oh mein Gott, da hinten ist ein Andi. Und ein Skelett, ein schwarzes Skelett. Ey, das Skelett ist schwarz. Da wollte Porkchop Media alle mit einbeziehen. Hinter dir, hinter dir, hinter dir! Oh Gott! Nein! Alter! Okay, das ist... Ja, das ist alles schon geplant gewesen, denn wir wollen ja hier eben ebnen. Das muss ja alles... Nein, was macht ihr denn? Nee, ich würde sagen, wir machen das hier, wa? Ohne Scheiß. Das heißt, hol die Axt raus. Scheiße, ich habe keine. Ich habe zwei. Oh nein, ich habe jetzt gedacht, dass ich nochmal kurz weglaufen kann und dass du schon mal anfängst. Oh ja, nö. Ja, dann würde ich sagen, machen wir die Bäume hier mal platt und Baustellenbeleuchtung natürlich. Ja, muss ja sein. Muss sein. Hast du auch ein Baustellenradio? Ja. Ähm, Piti. Piti, kannst du ja mal einen Song machen oder so. Der hat das den Leuten versprochen. Jetzt muss er auch mal einen Song machen. Ja, echt, Leute, ohne Scheiß, geht mal. Das wäre jetzt richtig lustig. Geht mal einfach hin. Genau. Ähm, wenn das Video zu Ende ist oder so. Ähm, natürlich immer schön zu Ende gucken. Nee, aber, ähm, geht mal auf, äh, Pitis Kanal und schreibt ihm einfach in seine Kanal-Kommentare oder unter sein letztes Video, wie ihr wollt. Einfach mal drunter, Piti, wo bleibt der Song? Und am besten auch als private YouTube-Nachricht. Genau, spammt ihn richtig voll. Dass er endlich einen Song machen soll. Welcher ist egal, aber er soll einen machen. Genau, spammt ihn richtig voll. Heizt einfach voll los. Heizt in die Tasten. Und, äh, sagt ihm halt einfach ganz normal, ähm, dass er den Song machen sollte. Kopiert die Nachricht oder so, scheißegal. Hauptsache nur einmal schreiben. Oder so, immer wieder, immer wieder. Genau, genau, richtig. Das wäre, das wäre, das wäre richtig lustig. Ich meine, so oft wie er bei uns da rumsinkt und so, muss er doch endlich mal das offiziell machen. Auf jeden Fall. Das wäre so derbstgeil. Einfach so einen Flashmob starten. Ja, er, er, er singt immer rum, wie so ein Bekloppten, aber traut sich nicht mal was aufzunehmen. Das ist ja schon wieder hier. Das ist, äh, keine halben Sachen machen. Ein Dradox-Song. Richtig. Das, äh, widerspricht sich ja hier. So. Ähm, ja, ich würde sagen, wenn wir die Bäume abgefällt haben, dann können wir eigentlich schon hier zwei, drei Truhen hinbauen, damit wir so eine kleine, ähm, Baustelle, weil wir werden so viel Dirt haben, ne? Du, echt ohne Scheiß. Ich glaube, du, man muss das Wort viel neu erfinden, damit man das überhaupt beschreiben kann. Wie viel Dirt wir hier haben, ne? Das wird dann wohl echt einiges werden. Äh, dann mach ich schon mal so, äh, zwei. Puh, Double Battle, Double Battle, Double Battle. Oh Gott, ich geh drauf, ich geh drauf, ich geh drauf. Was machst du? Oder auch nicht. Ach, du bist denn schon wieder. Ach, da hinten, da schlawinust du dich schon wieder rum. Okay. Alles gut. Die erste große Kiste steht. Das ist gut. Da kommt dann das Holz rein. Und wir werden durch diese Holzsammelaktion auch noch richtig viel Holz sammeln. Das ist, ähm... Ziemlich gut. Irgendwie, irgendwie logisch, was ich hier gerade gesagt habe. Irgendwie ein bisschen Panne, aber egal. Ähm, was man noch sagen kann. Äh, was haben wir vor, alles auf die Farm zu bauen? Also, für mich steht auf jeden Fall schon mal fest, dass eine Windmühle da hinkommt. Weil zu einer richtigen Farm gehört natürlich auch eine richtig geile Windmühle. Dann selbstverständlich auch die Schmiede. Die können wir ja auch locker da irgendwo in der Ecke hinbauen. Richtig. Das wurde ja auch von einigen gesagt, dass eine Schmiede gebaut werden soll. Das ist auch eine richtig geile Idee mit einem Amboss und sowas alles. Das kann man dann ja geil machen. Und wir könnten das auch mit dieser schwebenden Insel irgendwie kombinieren, indem wir irgendwo ein bisschen abseits so eine schwebende Insel sozusagen als Domizil hinbauen oder so. Ja, da könnte man vielleicht sogar die Bibliothek reinbauen, so als neuen Verzauberungsraum. Stimmt, so mega magisch und so voll am schweben und so. Richtig, genau, das meine ich. Das meine ich nämlich auch. Das wäre, glaube ich, eine ziemlich geile Idee. Also, wir könnten eigentlich so ziemlich alles, was ihr vorschlagt, damit kombinieren. Wenn wir vielleicht sogar noch hier ein bisschen Wasser finden, können wir sogar noch ein Schiff bauen oder so. Ja, 10. Ach ja, hier ist ja drüben schon gleich in der Wüste und da ist ein Meer und so. Ja, easy. Ein ganzes Schiff gehört zwar nicht zur Farm, aber es ist okay. Nein, dann spielen wir irgendwie so, dass uns Piraten angreifen oder so. Dann zerbomben wir das Schiff wieder. Wir spielen Piraten. Arr! Ich bin dann eher so das Seemonster, was dann so aus dem Wasser rauskommt, obwohl ich mir gar nicht vorstellen kann, dass ich so monstermäßig gut spielen kann. Ja, wir werden sehen. Wir werden sehen. Wir werden sehen. Also, nochmal zusammengefasst, eine Windmühle, ein großes Feld muss es geben. Dann natürlich ein normales Bauernhaus. Die Insel können wir machen, das ist eine geile Idee gewesen. Die Schmiede? Ähm, die Schmiede, die kommt auch noch dazu. Was haben wir denn noch? Vielleicht hat ja jemand noch irgendwie was Gutes. Ah, unser Freund Cubecon LP hat gesagt, Schloss Neuschwanstein. Ja, vielleicht dann auch irgendwann mal. Ja, genau, das gehört ja zu jeder guten Farm, gehört natürlich auch ein großes Schloss. Ein riesiges Aquarium. Ein Flugzeug. Joa, okay. Also, für ein Aquarium wäre ich eigentlich auch. Das ist, äh... Oh, Mann. Drecksau. Ey, das ist echt eine Riesenfläche, die wir hier haben. Wenn wir den Wald abgeholzt haben, weißt du, was das für eine Riesenfläche ist? Guck mal, hier hinten geht das ja noch weiter. Das ist gigantomanisch. Das ist richtig übel. Und hier sind noch ein paar Schluchten. Da haben wir auf jeden Fall noch mal ein paar Ressourcen, so eisenmäßig und sowas alles. Und wie viele Sonnenblumen hier sind, ist das schön. Alter, was ist das denn? Was ist das denn für eine krasse Schlucht? Was, was, wo bist du hin? Junge. Kilian greift mich an. Oh Gott, mach ihn alle. Und da greift mich irgendein Platz. Ach, da hinten bist du, da bist du ganz hingegangen. Oah, das ist ja eine riesige Fläche. Ja, krass, ne? Das ist ja eine riesige Schlucht. Oh Gott, ey. Hast du das schon mal gesehen? Hast du sowas schon mal gesehen? Mit Sandstone? Nee. Unglaublich. Hier gibt es ganz schön viel Kohle, muss ich sagen. Weee. Hast du den Mega Jump gesehen? Richtig deluxe. Und da hinten ist ein Brunnen. Ein Brunnen ist da. Und da war ein Skype-Geräusch. Cool. Ich habe vergessen, meinen Skype auf Computer zu stellen. Ups. Ups. Yolo. Richtig schlimm. Ey, wir sind bei 16 Minuten und wir müssen noch den Fan der Folge machen, Eike. Oh. Kommen wir denn da wieder hoch? Wir haben auf jeden Fall, nur mal kurz noch mal zur Info, diese Folge war eigentlich eben mehr dazu gedacht, um euch kurz zu sagen, was wir jetzt vorhaben, was wir jetzt umsetzen wollen. Und in der nächsten Folge geht es dann richtig los mit dem ersten Schritt in die neue Farm. Geht auch. Ja, und wir werden jetzt nochmal ganz schnell eben kurz den Fan der Folge machen, muss ja sein. Wir müssen uns dafür aber eigentlich mal treffen, oder? Ja, warum? Wir treffen uns an dem Haus. Alter, wir müssen noch so viel Wald wegmachen, obwohl gar nicht. Wir müssen ja nicht alles wegmachen von Wald, ne? Ne, nachher pflanzen wir eh wieder was hin oder so. Ja. Und dann, damit es halt wieder ein bisschen human aussieht oder so. Auf jeden Fall. So, zack. Hier lang und... Ach, scheiße, faltes Haus. Oh, scheiße, wie bin ich denn jetzt zum Leuchtturm gekommen? Schnapp verpasst. Wo bist du denn überhaupt? Ähm, ja, ich bin gleich beim Haus. Sub des Tages. So, ich würde sagen, heute bin ich dran mit dem Sub des Tages. Ich nenne den mal. Jetzt muss ich aber mal ganz kurz gucken. Denn ich würde sagen, ich bin momentan noch ein bisschen stutzig zwischen... Zwischen, wo ist er da? Alezio Ice, der geschrieben hat, ihr könnt ja eine Farm machen. Das, finde ich, war ja zum größten Teil für uns beide der Anstoß, warum wir überhaupt gesagt haben, wir machen nochmal eine neue Farm. Genau. Und zwischen Mrs. Lusona, die geschrieben hat, ich würde eine Art schwebende Insel geil finden. Tja, das ist jetzt die Frage, die sind eigentlich beide sehr geil. Wir können auch keinen Kompromiss finden mit zwei Sub des Tages, oder? Geht nicht, geht nicht. Es gibt ja nur einen Sub des Tages. Ich würde sagen, ich mache jetzt einfach mal die Mrs. Lusona, mache ich jetzt einfach mal zum Sub des Tages. Genau, und wenn wir mit der Farm dann richtig anfangen, vielleicht meldet sich der Alezio Ice nochmal und dann hat er die Chance. Ich denke, der Alezio, das ist ja der Grund, warum ich das jetzt gemacht habe, weil ich einfach, also nichts gegen Mrs. Lusona, ja, die Idee war super geil und ich, heute der Sub des Tages gehört voll und ganz dir, aber beim Alezio, da weiß ich einfach, dass er sehr, sehr oft sehr, sehr fleißig Kommentare geschrieben hat, deswegen werde ich da, denke ich mal, den einen oder anderen Tag nochmal haben, wo du auch Sub des Tages werden könntest. Perfekt. Perfekt, denke ich auch. So, also, ich hoffe, dass euch die Folge gefallen hat, dass die Folge erstmal informativ für euch war. Der Eike, der geht hier noch ein bisschen schwimmen. Jau! Und, ja, ich würde sagen, wir sehen uns einfach in der nächsten Folge wieder und vergesst nicht, bei Pity den Kanal voll zu spammen. Genau, das müsst ihr auf jeden Fall machen. Alles klar, Leute, haut rein. Bis denn, ciao.